Hey und herzlich willkommen ich bin es euch hier Spooky, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja es gibt neue Bilder zu One Piece Unlimited World Red und ja man sieht halt so ein bisschen was von diesem neuen Kolosseum, denn es gibt einen Kolosseum Mode, wo man eben gegen Don Flamingo kämpft und ja Trafagolo kann man leider auch nur in diesem Modus benutzen, was ziemlich schade finde und ja schreibt mir einfach eure Meinung in die Kommentare, viel Spaß mit den Bildern. Musik Bis zum nächsten Mal.